Ey, du machst echt gut Schaden. Jetzt schon für dein Level. Mit deinem Gift bist du einfach echt nice. Oh, 12 XP ist aber auch nicht schlecht. Geht, ne? Einfach Level 9, 5, 2. Das ist echt traurig, dass ich Level 2 bin. Ja, mach doch mal was dagegen bitte. Wir haben ein paar Francs vielleicht schon. Wie viele... Ich hab null Platin-Coins? Hä? Kann doch gar nicht sein. Wie viele Platin-Coins habt ihr denn? Dann drückt mal auf I. Null. Auch null? Hä, wir haben doch... Eigentlich kriegt man doch eigentlich... Hä, Platin-Coins bekommt man doch eigentlich für mal einen Boss erledigt. Warum denn null? Ich weiß nicht. Guck mal, da sind wir wieder. Da war ich einfach fast... Alles auf. Holy Shit. Dahinten ist schon Benny. Oh, was muss ich denn abfahren? Ich hab getroffen. Ich steh! Toll, ich bin tot, danke. Oh nein. Alter. Und einfach direkt nochmal tot. What the fuck? Ich hoffe, der Boss ist wieder da. Was macht ihr denn für Scheiß? Ich hab Dicke gemacht. Jungen, der war crazy. What the fuck? Hallo? What? Geht bei ihm ab? Die sterben, man. Ja. Das ist einfach... Was denn? Ich bin quasi tot. Tschüss. What? Wo? Alles klar. ich glaube ich habe gerade ein richtig fettes Vieh angerufen oh Gott, das hört sich nicht gut an Basti guck mal Freunde mit, ne Basti wo bist du? Achso Scheiße, noch eins, Alter easy game und die anderen, oh noch, die anderen nicht mehr fack, ich brauche halt echt healpots kein Böller meine Fähigkeiten gerade seid ihr toll so, alle Mann hinter mir her warum sind da zwei? achso ist ja noch gar nicht der Boss das ist ein Thema, ich kann ausweichen das ist ein Thema, ich kann ausweichen wollen wir jetzt weiterlaufen oder wollen wir hier noch was versuchen weil ich möchte eigentlich auch unbedingt jetzt mal lenken, nämlich in die Stadt ich dachte, du wolltest irgendwas töten ja, aber ohne Tränke geht gar nichts hier der macht mich ja easy, Alter penetration, pur ist das hier ich habe nur noch fünf Leben easy game easy game ach, du Scheiße fuck ich bin fast level 3 oh, da ist der Boss ach ja, wo nee, der Boss ist doch gar nicht boah, es gibt keinen Boss hier okay, da können wir ja doch weiterlaufen ist der Moris denn überhaupt hier? ja ja los, meine Kinder oh Gott, geweckt oh mein Gott oh mein Gott ah, I'm dead, I think so oh mein Gott oh mein Gott das ist ein guter Frage, mein Freund ich weiß, dass ich beliebt bin, aber It's a good question, my friend. Oh, Maurice, Maurice, Maurice. Wo will die denn? Double kill. Double kill. Die will ein Pickle am Arsch. Was? Ähm. Boah, ist der Boosted mit dem ich hier spiele. Oh, Basti. Berg runter, Junge, es stirbt. Was soll ich machen? Oh, Basti. Junge, Junge, Junge. Oh, mir laufen gerade ein paar Lamas drin. Nice. Hilfe? Oh mein Gott, Basti, du bist ja wohl Lebenswürde, oder? Der immer mit seinen Kamelen, Alter, der kommt ja drauf angeritten, ey. Auf ein Tor. Oh, ich auch. GG, WP. Nito, nur wegen diesen scheiß Kamelen. Kamel, komm. Ich bereite meinen, oh, wo schieße ich hin? Level Up. Ja, Level 6. Warte mal. Und auch Level 3, Basti. Kann ich die ganzen Sachen benutzen? Oh, das ist doch heute davon noch lange bis zum Schwert. Oh, das ist doch heute davon noch lange bis zum Schwert. Ich muss um das immer herfinden. Baaam. Baaam. Baladadad. Baladababaaah. Wir sind Helfer. Helfer, weißt du noch unser Trick gerade eben? Mit den Hexen. Ja, aber hier sind irgendwie wieder keine Gegner. Warte, da vielleicht? Da ist Gegner? sind auch Helfer, ne? Wo seid ihr? Ja, sind auch Orks. Lass mal doch die alle holen. Wollte ich gerade sagen. Ich bleib mal bei denen stehen, dann kannst du die pullen. Hey Jungs, hey Jungs, bleib mal hier. Komm zu mir. Wobei die anderen sind gar nicht gepullt. Pullt die mal. Alter, die machen gut Schaden. Ach du heilige. Warte, da ist noch einer. Alter. Halt's Maul! Jedes Mal, Mann! Was ist das da vorn, weil ich so viel Schaden mache? Keine Ahnung. Feindelschirm. Warte. Goll. Er ist so lächerlich, Alter. LoL. Ich sag' Power 63, Schulterarmor bekommen. Alles klar. Oh, ich hab was für den Rogue bekommen. Power 24. Ein Iron Launchwert grün. Für den Rogue. Und tschüss. Warte mal, probier mal das andere Item aus. Power 24. Kann ich leider noch nicht. Lass man nochmal fighten. Mal gucken, welche Waffe ich in der Stamm mehr bringe. Ich hab einfach schon Power 29. 20. War wegen fetten Stab, Alter. Und tschüss. Halt's. Warte mal. Halt's. 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 Was? Warte mal. Können wir eigentlich Die mal pennen Basti, da kannst du dich ein bisschen regenerieren In der Zeit kann ich Kann ich schön pennen gehen Dann kann ich mir jetzt kurz Kippchen machen, geh ich kurz pinkeln Warte Safe is safe Wow Steig mal auf Dann kann ich aufstehen Achso Na komm Die schlafen Ui 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 Ok Ui ui Das geht nicht Ich wollte ins Lagerfeuer reinrollen Das ist ja Nacht Ja Es wird ja auch Nacht Ja 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 Ja